Mit welchem Argument kommen sie dann? Er hat einen ISIS-Pullover angehabt. Erstmal diesen Pullover habe ich Ende 2013 angehabt. Den hat man mir damals gegeben. Ich wusste gar nicht, dass dieses Emblem vom IS benutzt wird. Nummer eins. Nummer zwei. Man kann es nachforschen. Dieses Emblem war zur damaligen Zeit noch kein typisches Zeichen des IS und wurde auch von anderen Gruppen getragen. Und dort steht nicht IS, dort steht La'ila illallah Muhammad Rasulullah. Und dieses Zeichen gibt es länger als den IS. Das ist ein ganz klarer Fall. Und wenn ich dieses Zeichen angehabt hätte, zu einer Zeit davor, könnte man mich anzeigen deswegen. Warum gab es keine Anzeige dafür? Warum ist das nicht durchgegangen? Weil man damit nicht durchkommen kann, weil ich das angehabt habe zu einer Zeit. Und zur damaligen Zeit war es auch so gewesen, die Leute, die das Video gesehen haben, weil das war der Aufruf zur Kundgebung in Berlin. Und das war wie gesagt noch 2013. Ende 2013 müsste das gewesen sein. Diese Leute, ja, die, die haben, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Da drunter hat jeder kommentiert. Kein einziger hat kommentiert, ey, warum trägst du die IS-Pullover? Alle haben zur damaligen Zeit kommentiert, boah, cooler Scherder-Pullover, wo kann man den herhaben? Das war der Grund. Dann der nächste Gesabbel ist, ähm, genau, Deysodog. Deysodog war kein enger Weggefährte von mir, nie gewesen. Den habe ich in der Moschee getroffen, damals in Berlin. Das müsste Ende 2009, Anfang 2010, weil da gab es noch nicht mal einen Krieg in Syrien. Er hat sich mit der Zeit in eine andere Richtung entwickelt und, äh, er gibt selber zu in seinen Videos aus Syrien, dass er durch Abu Sam al-Gharib sozusagen auf diese, äh, auf dieses Islamverständnis gekommen ist. Und am Anfang war er nicht beim IS, als er nach Syrien gegangen ist. Das heißt, hätte ich ihn nach Syrien geschickt, weil ich vom IS gewesen wäre, hätte ich ihn ja direkt zum IS geschickt. Aber er ist zu einer anderen Gruppe gegangen und später dann zum IS gewechselt. Das heißt, alles, was gibt es da noch? Ja, da gibt es so viele Leute, die ausgewandert sind. Erstmal, ich bin ein überregionaler Prediger. Ich bin ein überregionaler Prediger. Zu mir in den Unterricht kommen Leute aus allen Facetten. Zu mir kommen Schiiten, Sufis, Atheisten, Christen, alle möglichen Leute. Und wie die sich danach entwickeln, da kann ich nichts dran ändern. Ja, ich kann nichts daran ändern, wenn sich jemand, wenn dann jemand danach Alkoholiker wird. Es gibt 100% Leute, die zu meinen Vorträgen gekommen sind oder die vielleicht Fans von mir waren oder was weiß ich, in Anführungsstrichen Fans, die nachher Atheisten geworden sind. Man muss mich ja nach dem bemessen, was ich predige und nicht, was nachher aus jemand geworden ist. Ja, aber das ist die Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge. Ja, warum? Ja, alle, die da gelandet sind, die waren vormal bei Pierre Vogel. Ja, die waren auch vormal in einer DITIB-Moschee. 100% warum? Weil es überall eine DITIB-Moschee gibt. Und warum waren die bei Pierre Vogel? Ja, weil seine Videos überall sind und weil er überall Vorträge gemacht hat. Deswegen waren die auch mal da, aber hätten die auf Pierre Vogel gehört, wären die ja nicht dort gelandet. Und weil Pierre Vogel ja was anderes predigt. Oder sagen wir jetzt, der Fußball ist daran schuld, dass Leute zu Hooligans werden. Also sollte man Fußball verbieten oder Fanklubs verbieten. Weil alle Leute, die bei den Hooligans gelandet haben, waren vorher immer Fußballfans. Also verbieten wir nun Fußball. Wegen den Hooligans. Fußball ist die Einstiegsdroge für den Hooliganismus. Deswegen muss man beim Fußball sehr vorsichtig sein. Weil weil Fußball die Einstiegsdroge in den Hooliganismus ist. Auch wenn die Fanklubs gegen die Hooligans reden. Auch wenn die Fußballklubs Stadionverbot für die Hooligans geben. So ist der Fußball aber daran schuld. Musik Musik